Moin Leute, ich bin Nicola von BooBooSnackery und heute bin ich bei Joshua von Futuromorphs. Hi! Und wir haben uns überlegt, dass wir nächsten Monat ein Video zusammen machen wollen und ihr könnt uns Fragen stellen zu unseren Zuchten oder was auch immer ihr gerne wissen möchtet. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie entweder in den Kommentaren oder per PN und lasst uns einfach wissen, was ihr gerne wissen möchtet von uns. Tschüss! Bye!